Hallo Leute, ich bin unterwegs zu Thomas, alias Elektrum. Er macht hier ganz in meiner Nähe Ferien. Wir haben uns schon einmal getroffen, zusammen gegessen. Jetzt mal schauen, was es heute gibt. Ich glaube, er will mit mir ein Video machen. Jetzt bin ich auf dem Weg in die Lobby. Ein riesen Hotel oder eine riesen Anlage ist das hier. Naja, Thomas hat dann mit mir so ein langes und wie ich finde interessantes Video-Interview oder sagen wir Gesprächsrunde gemacht, dass ich dann gar keine grosse Lust mehr hatte, selbst etwas zu filmen. Von dem her seht das als kleinen Teaser auf sein Video, dass er wahrscheinlich dann hochlädt, wenn er wieder zu Hause ist. Und dann sage ich auch schon wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.